In Vorarlberg stehen sich zwei Tabellnachbarn gegenüber. Der Fünfplatzierte aus Dornbirn empfängt den Viertplatzierten aus Salzburg. Beide Saisonduelle konnten bis dato die Bulldogs gewinnen, die heute allerdings in ein Debake laufen sollten. Bereits nach 59 Sekunden ist der Tor reingeöffnet. Rob Schrampp bringt die Salzburger mit 1 zu 0 in Führung. In Minute sechs gibt es dann aber ein Überzahlspiel für die Dornbirner. Und das sollte auch prompt zum Erfolg führen. Die Scheibe kommt zu Mike Monagel. Im ersten klappt es nicht, aber im zweiten. Dafür umso besser der Ausgleichstreffer. Nach sechs Minuten Aussicht der Vorarlberger. Aber danach ist vorerst mal Schluss mit Dornbirnertreffern. Denn Salzburg geigt jetzt richtig auf. Siebte Minute. Nur 50 Sekunden später Thomas Raffel mit der neulichen Führung für die Red Bulls. Der Assist kommt erstmalig an diesem Abend. Von Rob Schrampp sollte nicht der Letzte bleiben in diesem Spiel. Die 19. Wieder die Salzburger im Vorwärtsgang. Steinhoch mit dem 3 zu 1. Und der zweite Assist für Rob Schrampp in diesem Spiel. Die Salzburger gehen mit einer Zwei-Tore-Führung ins zweite Drittel. Und auch dort sollten die Red Bulls zeigen, wieso sie das beste Offensivteam der Liga sind. Und die 21. Minute Überzahl für die Salzburger. Das ist der gewohnte Spielzug. Und wieder funktioniert's blendend. Brent Harris trifft nach Assist von Rob Schrampp. Das war bereits der dritte von Schrampp in Folge. Und der vierte sollte zugleich folgen. Die 30. Schrampp auf Steinhoch. 5 zu 1. Damit der fünfte Punkt von Schrampp in diesem Spiel. Das gelang dem Salzburger schon einmal am 21. Dezember 2012 beim 12 zu 3 Heimsieg gegen Dornbirn. Apropos Dornbirn. Die Bulldogs melden sich dann wieder einmal zurück mit einem Treffer. Stefan Häusle per Penalty in der 35. Ob das so gewollt war, es wird sein Geheimnis bleiben. Dann sind wir schon im dritten Drittel in der 53. und sehen diesen wunderbaren Alleingang von Mario Huber abgeschlossen zum 6 zu 2. Streu geschlagen. Der kam übrigens beim Spielstand von 5 zu 1 für Rinne in die Partie. Dann dieser Fehler im Spielaufbau bei Dornbirn. Eiskalt bestraft von Ryan Duncan. 54. Jetzt wird es richtig deftig. Aussicht der Dornbirner. Vorarbeit Jus und Duncan macht es höchstpersönlich. Einmal dürfen die Heimfans dann noch jubeln. Maciej Zinski mit dem 3 zu 7. 27 Sekunden vor dem Ende. Nach Assist von Schikapanze. Kratzschner noch ein drittes Mal in diesem Spiel geschlagen. Aber der letzte Treffer in diesem Spiel gehört dann wieder den Salzburgern. Jus auf Raffel. Fünf Sekunden vor dem Ende. Das 8 zu 3 für die Red Bulls. Am Ende ist es ein Kantersieg für die Salzburger, die sich damit auf Rang 3 vorschieben. Wir haben mit sehr viel Spielfreude gespielt und ein guter 1. Drittel gemacht. Und wir haben ein paar Tore geschossen. Aber Dornbirn hat eine sehr gute Mannschaft. Das war unser erster Sieg dieses Jahr gegen Dornbirn überhaupt. Wir wissen, das wird ein sehr hartes Kämpf in zwei Tagen wieder in Salzburg. Also, wenn sie so spielen wie das, das ist die beste Team in der Liga. Die speed und die skill, die execution. Wir waren schießen die Spiel all night long. Und ich glaube, es ist nicht durch eine Fault unserer eigenen. Ich denke, die Leute waren bereit. Ich denke, wir waren bereit zu spielen. Es ist, dass sie so gut waren. Und du hast sie zu geben, die sie credit. But, you know, we gave way too many grade-A scoring chances. And when you give a team like that, that much time and space, it's going to end up like it did. So, you know, we'll go back to the drawing board. There's nothing we can do about it now and try and get ready for the next game. trump.